Und zwar habe ich vom Kollegen ein Stück Holz bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und auch mit der Bienenwachs Kokosfettpaste sieht richtig geil aus, fühlt sich auch richtig geil an. Also ich habe eine Riesenfreude Und ich denke, dem Kollegen, der mir das Brett geschenkt hat Eigentlich war es ein Geschenk und ich habe gedacht, ich mache ihm daraus was Ich glaube, dem gefällt das auch Und ich bin sehr zufrieden, auch da der Stil nicht in der Mitte ist Ich wollte den nicht in der Mitte haben Nicht immer so 0815, schaut mal die Form an Ich finde das richtig geil Ist mal nicht wie gewohnt, ist mal was ganz anderes Da noch mit der dunklen Stelle und dem Ast da vorne Richtig, also ich finde es richtig cool Jetzt hoffe ich, das Servierbrett hat euch gefallen Ich würde mich natürlich wie immer über den Daumen nach oben freuen Die, die mich noch nicht abonniert haben, abonnieren kann man mich da im Eck Und da und da kommen jetzt gleich die nächsten Videos Jetzt sage ich nochmals Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Video Euer Urs Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.